Beweise, ich bin beweislastiger So, komm, sag mal, mach mal einen Halt rein Aber recht ran fahren muss ich trotzdem Ich mach mal Arschlecken recht ran fahren Kann ja eh nur einmal sind Tja Gott, dann fährt's doch mit der Rede daheher, der sagt gar nicht Oh Gott, der kann ja trotzdem noch schreiben, was sagst denn? Was war das denn hier? Oh Osso Ich bin hier voll in ne Flucht Oh nö, mein GTA hat aufgehängt, jetzt verlede ich meine ID Ah, Verkastung, hab ich nicht gelesen, okay Fall mal weg, leider, hau ab Nein, da steht direkt ran Du bist nach was du willst, Escort, wenn du dich sagst, keine Reisung fahren Nee, ich kipp 5 Meter Abstand, okay, 5 Meter Wo fahrt ihr gerade lang? 5 Meter, im Auto kann ich keine Hände hochhalten Was ist denn los? Bleib doch stehen, der 5 Meter Was kann ich? Ey, komm, jetzt ärgerst du an den Clayton nicht zu sehr Wo fahrt ihr denn gerade lang? Ey Clayton, du musst schon in-game schreiben, was du willst Du kannst nicht hier ein Mega-Pro-Shit missbrauchen machen Ja Und hier, GAP ist im Derby, ne? Ich kick dich gleich Nein 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 Was war denn das? Ey, Rosado Das war jetzt niss Das war jetzt niss